Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ich begrüsse Sie ganz herzlich auch zu dieser Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Montag, dem 7. Mai 2018, bei strahlendem Frühlingswetter. Ich hoffe, Sie hatten ein erspriesliches, erholsames Wochenende. Ich auch. Bei mir allerdings war das Ganze etwas überschattet durch die Lektüre. Gut, man könnte auch sagen, bereichert durch die Lektüre unter anderem von diesen Büchern hier. Also keine Angst, ich habe nicht alles von A bis Z durchgehackert, aber ich habe zumindest frühere Leseeindrücke wieder aufgefrischt. Ja, was ist das für ein mysteriöser Stapel, der sich hier auftürmt vor mir? Titel. Wer war Karl Marx? Fünf Radiovorträge. Sie ahnen, in welche Richtung das geht. Karl Marx, Ideologie und Politik. Sie sehen, ich mache es ganz seriös. Dann aber auch diese Facette hier, Karl Marx Privat. Karl Marx Privat, auch das muss berücksichtigt und studiert werden. The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels with a new introduction by Robert Conquest. Marxismus und industrielle Revolution. Karl Marx, die Geschichte seines Lebens von Franz Mering. Oder dann hier kritisch das Ende der Illusion der Kommunismus im 20. Jahrhundert. Marx, wie Sie wissen, war ein Vordenker, der Vordenker des Kommunismus. Dann hier noch kritischer, noch düsterer das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es, auch ich bin gefangen, mitgerissen von diesem Marx-Tsunami, der uns jetzt auf allen Kanälen heimsucht. Sie können keine Zeitung aufschlagen, Sie können keinen Fernseher einschalten, ohne dass nicht irgendwo über Karl Marx geredet und nachgedacht wird, diesen berühmten Philosophen, der vor 200 Jahren geboren ist, in Trier, Deutschland. Und dann einen interessanten Lebensweg gegangen ist und eben eine Theorie begründet hat, den Marxismus, mit dem sich jetzt alle beschäftigen, aus Anlass dieses Jubiläums. Interessant, das ist also nicht nur alles toter Buchstabe, das geht also weiter in Trier, also in der Geburtsstadt von Marx, haben die Chinesen, die Chinesen, jetzt müssen Sie genau zuschauen, haben die Chinesen ein acht Meter hohes, riesiges Denkmal bauen lassen, finanziert. Das wurde dann enthüllt und der Festredner war kein anderer als der allseits geschätzte EU-Chefkommissar Jean-Claude Juncker. Da habe ich mir natürlich auch gefragt, was hat ein Jean-Claude Juncker, EU, bei der Einweinigung eines Marx-Denkmals, das die Chinesen bezahlt haben, was hat der dort eigentlich zu suchen? Klammert sich die EU jetzt in ihrer Verzweiflung auch noch an Marx? Sind die Chinesen immer noch Marx-Fans? Aber dann dämmert es mir langsam, was hier abgeht. Ich glaube, das ist ein typischer Fall von doppelter Machiavelli. Ich muss das kurz erklären, doppelter Machiavelli. Die Chinesen praktizieren zu Hause ja alles andere als Marxismus. Wie kommen wir noch darauf? Sie praktizieren alles andere als Marxismus, sie pflegen den Kapitalismus, das was sie machen. Jetzt mit diesem Denkmal besänftigen sie natürlich die Heimatfront der kritischen Ideologen, die vermutlich denken, die Chinesen sind gar nicht mehr Marxisten, die aktuelle Staatsführung. Also mit diesem Denkmal haben sie zu Hause etwas beruhigt. Und gleichzeitig haben sie in Europa einen falschen Propheten hingepflanzt, der die Europäer möglicherweise zu mehr marxistischem Denken verleiten sollte, damit dann die Europäer, wenn sie dieses falsche System anwenden, im Wettbewerb der Wirtschaftssysteme weiter zurückfallen. Also während die Chinesen die genialsten Ideen aus dem Westen importieren, manchmal auch stehlen, exportieren sie die falschesten Ideen, die sich bei ihnen nicht als vorteilhaft erwiesen haben, die zum totalen Scheitern geführt haben, die exportieren sie dann in den Westen. Und das hat man wunderschön gesehen. Und der Mann, der das Ganze dann auch noch feierlich besingt, ist Jean-Claude Juncker von der Europäischen Union, doppelter Machiavelli. Zeichen der Zeit, eine hochinteressante Anekdote. Aber, meine Damen und Herren, was hat bei mir, das war noch nicht der Grund, dass ich mich in diese Bücher gestürzt habe, was hat bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht? Was war der berühmte letzte Tropfen? Das war der Leitartikel in der letzten Neuen Zürcher Zeitung, also in der NZZ vom Samstag, der grosse Samstagsleitartikel, Lob auf Karl Marx, in Grossbuchstaben hingestampft. Und ich, als ehemaliger alter NZZler, da ist bei mir sozusagen gerade der Kronleuchter vom Dach gestürzt. Da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Die NZZ, Hilfe! Das Sturmgeschütz des schweizerischen Bürgertums gegen den Marxismus über Jahrzehnte, wir wurden sogar in der Kultur- und Sportredaktion antimarxistisch mariniert, eingelullt, eingesalbt, man hat uns den Marxismus als Irrlehre ausgetrieben, das ist das Fälscheste, was man überhaupt nur machen kann. Und jetzt kommt diese NZZ und predigt auf der Frontseite, Lob von Marx, was ist hier passiert? Und dann habe ich gedacht, also Roger, wenn dein Blatt hier, so etwas, dein ehemaliges Blatt, einen solchen Artikel bringt, vielleicht liegst du falsch. Du musst über die Bücher, du musst auch mal über die Bücher, hier sehen sie sie, und musst die ganze Sache noch einmal überdenken. Vielleicht liegst du ja falsch. Vielleicht ist das alles ein gigantischer Irrtum, dem du dich weltanschaulich verschrieben hast. Ich bin ja bekanntlich inspiriert von den schottischen Aufklärern und Liberalen, Adam Smith, David Hume, dann Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Ludwig Erhard und so weiter. Vielleicht ist das alles ein tragischer Irrweg und ich muss auch mich schleunigst beeilen, den inneren Marxisten in mir zu entdecken. Und so habe ich mir dann wirklich viel Mühe gegeben, am Wochenende das Ganze noch einmal mir zu überlegen und mir die Frage zu stellen, was kann ich von Marx lernen? Kann ich etwas von Marx lernen? Wo ist hier die dunkle Seite? Und, meine Damen und Herren, ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht, und ich werde Ihnen jetzt die Ergebnisse meiner Selbsterforschung und meiner Marx-Studien vortragen. Was kann ich von Marx lernen? Gut, seine wichtigste Theorie oder sein wichtigster Gedanke war ja, der Kapitalismus, also die Marktwirtschaft, wird zwangsläufig zu einer Massenverelendung führen und an ihren inneren Widersprüchen zugrunde gehen. Kann ich das als zukunftsfähigen, zukunftsweisenden Gedanken annehmen? Nein, sorry Karl Marx, ich glaube, so ist es nicht herausgekommen. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Marktwirtschaft hat sich trotz ungezählten Krisen immer noch als das Beste aller schlechten Systeme zur Wohlstandsgenerierung herausgestellt. Nicht zuletzt die heutigen Chinesen, alle geläuterte Ex-Marxisten, die den Marxismus jetzt nach Trier exportieren, die könnten ihnen da zu Vorlesungen halten. Die haben nämlich Millionen von Menschen durch den Kapitalismus aus der Armut in einen relativen Wohlstand geführt. Also diese These, da kann ich nicht mitmachen. Dann die zweite, ganz wichtig, Marx war ja ein Polemiker gegen das Bürgertum. Er wollte das Bürgertum sozusagen von der geschichtlichen Landkarte erwischen, beziehungsweise hat das Bürgertum als völlig zukunftsloses Auslaufmodell bezeichnet. Und das Bürgertum ja eben die traditionelle Trägerschaft der Marktwirtschaft. Und auch hier muss ich sagen, bei aller Kritik, die auch ich gelegentlich am sogenannten Bürgertum äussern muss, an den gewissen Exponenten des Bürgertums, auch des bürgerlichen, politischen Lages, muss ich sagen, Entschuldigung Marx, auch hier lagen Sie völlig falsch. Das Bürgertum war ein Zukunftsmodell. Das hat sich als attraktiv erwiesen. Selbst die von Ihnen so andächtig beschriebenen proletarischen Klassen haben quasi einen inneren Zug ins Bürgerliche aufgewiesen. Und sogar die Linken haben sich verbürgerlich bis zu einem gewissen Grad. Also auch hier, Entschuldigung, Herr Marx, bei allem Bemühen, das kann ich nicht annehmen von Ihnen. Dann auch ein wichtiger Gedanke, den er in den 40er, 50er und 60er Jahren formulierte mit seinem Kompagnon Friedrich Engels in London, wenn Arbeiter, also die proletarische Klasse, die ja Marx besonders zu beschreiben versuchte, wenn es diese proletarische Klasse in Wahlen nicht die von Marx gewollten Sozialisten oder die von Marx gewollten Ideen wählte, sondern erstaunlicherweise ihre Stimmen den konservativen Toris oder Wix usw. gaben. Dann hatte Marx eine entscheidende Erklärung beraten. Er sagte nämlich, diese Arbeiter hätten ein falsches Bewusstsein. Sie seien nicht in der Lage, ihre eigene Situation zu durchschauen. Und deshalb würden sie eben ihre Stimme jenen Gruppen geben, die eigentlich gar nicht in ihrem Interesse halten. Aber er, Marx, habe das natürlich durchschaut und er sehe das falsche Bewusstsein. Also auch hier, meine Damen und Herren, der Intellektuelle, der denen sagt, dass sie falsch liegen, wenn sie nicht seine Ideen übernehmen und ihnen dann ein falsches Bewusstsein unterstellt, das ist für mich auch kein tragfähiger Gedanke. Allerdings ein sehr mächtiger, der bis heute wirksam geblieben ist. Es gibt ja sehr viele Politiker, die sagen, wenn sie mich nicht wählen, muss der andere ja ein Idiot sein. Das gibt es übrigens auch im Unternehmertum, wenn die Unternehmer, die sich für genial halten, aber einfach keine Kunden finden. Nur eben in der Marktwirtschaft können diese Unternehmer nicht lange überleben. Das ist übrigens auch diese Gewalt. Marx ist hier natürlich der Gründervater einer unglaublichen intellektuellen Arroganz. Das muss man sich mal vor Augen führen. Der Begriff des falschen Bewusstseins, den man natürlich immer nur auf die anderen und nie auf sich selber anwendet, ist ein gewaltiger Freibrief zur Selbstrechtfertigung und zur Selbstherrlichkeit. Ich meine, Marx hätte vielleicht sich einmal überlegen müssen, wo er einem falschen Bewusstsein anheimfiel. Und das ist er eben in verschiedenen Grundgedanken. Also auch hier, von dem kann ich jetzt einfach nichts lernen. Und das führt mich zu einem anderen Zentralgedanken. Marx war der Meinung, dass er die Gesetze der Geschichte durchschaut habe. Er wisse, wie der Gang der Menschheit sei. Er kenne die mechanistischen Bewegungszusammenhänge der Weltgeschichte. Er habe den Verlauf der Geschichte durchschaut und könne deshalb auch mit wissenschaftlicher Sicherheit Prognosen abgeben. Auch dieser Gedanke, meinen Damen und Herren, ist doch völlig widerlegt worden. Und man muss so eine anmassende Sicht zugrunde legen, um dann auch eben vom falschen Bewusstsein zu sprechen. Ich habe den Gang der Geschichte durchschaut. Und wenn die Geschichte anders herauskommt, dann liegt eben die Geschichte falsch und nicht dicht. Das ist angewandter wissenschaftlicher Marxismus. Ja, und was haben wir auch noch? Ja, ein letzter, vielleicht bemerkenswerter Gedanke. Marx hat davon gesprochen, dass es zu einer Diktatur des Proletariats kommen werde. Diktatur des Proletariats. Ist das wenigstens ein Gedanke, mit dem ich mich anfreunden könnte? Nein, meine Damen und Herren, nein, lieber Herr Marx, Auch die Diktatur irgendeiner Klasse, Rasse, oder wie Sie das immer nennen wollen, ist mir zutiefst zuwider. Ich will nicht von Diktatoren beherrscht werden. Ich will auch nicht selber ein Diktator werden. Ich fühle mich sehr wohl in dieser anarchistischen, direkten Demokratie, die wir hier in der Schweiz haben. Und diese Diktatur des Proletariats, nur schon die Wortschöpfung ist erhellend. Auch hier spricht wieder der gebieterische Anspruch dieses Herrn Marx. Der sich so sicher im Besitz der letzten Weisheit wähnte, dass er sich gleich zum Propheten der Diktatur, einer Vernunft-Diktatur, aufschwingen konnte. Ja, also Sie sehen, wenn ich das Programm im Einzelnen anschaue, muss ich sagen, Entschuldigung, ich kann da jetzt nichts loben von diesen Gedanken. Jetzt könnte man Herrn Marx loben, dass er sagt, er hat all diese Irrtümer ausgesprochen und dann haben wir realisiert, dass es Irrtümer sind. Aber das war ja nicht seine Absicht und das wäre auch eine etwas billige Form von Lob. Etwas allerdings habe ich hier gelernt. Marx steht für mich für die Tragik des Intellektuellen. Er schrieb ja, Intellektuelle sollen die Welt nicht nur verstehen wollen, interpretieren wollen, sondern sie sollen sie auch verändern wollen. Und er hat dieses Wollen zu einem ganz rabiaten, um nicht zu sagen militanten, revolutionären Umsturzprogramm geformt, mit den entsprechenden Anwendungen in der Geschichte, die überall in Afrika, in Südamerika, in Russland, in Asien Millionen von Toten, Massenarmut, Knechtschaft und gewaltige Trümmerhaufen hinterlassen haben. Das ist nicht ein Missbrauch des Marxischen Programms, sondern eine Anwendung des Marxischen Programms, für das wir allerdings Marx dann auch nicht verantwortlich machen können. Aber er hat hier die geistigen Grundlagen gelegt. Und hier sehen wir die Tragik dieses allwissenden Intellektuellen, der glaubte, die Welt zu durchschauen und verändern zu können, umgestalten zu können, in einem gigantischen Projekt der Erlösung, das ist ein Heilsversprechen, das ist fast schon eine religiöse Position, die er hier reinnimmt, eine Weltbeglückungstheorie der obersten Hubraumklasse sozusagen. Und hier liegt die Tragik von Karl Marx, die Tragik des Intellektuellen, der sich eben anmasst, alles zu wissen und dann in allem falsch liegt, weil die Wirklichkeit sich nicht an seine Theorie hält. Und das eigentlich Verrückte an der ganzen Sache ist noch, dass sich Marx durch die Wirklichkeit nicht widerlegen lassen wollte. Er sagte dann einfach, die Wirklichkeit, also die Menschen da draussen, haben einfach das falsche Bewusstsein. Und das ist jetzt eigentlich der letzte Punkt, der führt uns zur Attraktivität dieses Programms. Wieso beschäftigen wir uns eigentlich immer noch mit diesem Humbug, könnte man sagen. Es ist Humbug, man kann sich da anders sagen. Wieso beschäftigen wir uns immer noch damit? Warum ist er so attraktiv? Man könnte ja meinen, wenn sie einmal ein ungenessbares Essen gemacht haben, das einmal gegessen haben und es dann sich übergeben mussten, dann werden sie nicht immer wieder das gleiche Gericht herstellen und sich immer wieder von neuem zu übergeben. Aber beim Marxismus hat man es gemacht. X Staaten haben das reproduziert, sind gescheitert, neue haben es gemacht. Immer noch werden solche marxistischen Ideen reproduziert mit den bekannten Folgen. Warum machen die Leute, das haben sie vielleicht doch das falsche Bewusstsein, hat hier einen Punkt erreicht. Was ist die Attraktivität dieses marxistischen Denkens? Und ich habe auch keine abschliessende Theorie dazu, aber ich glaube, die Verführungskraft liegt eben darin, dass Marx-Theorie sehr, sehr verführerisch ist für Intellektuelle und Politiker, also für Leute, die irgendwie Herrschaft über andere ausüben wollen. Er hat ihnen eigentlich einen Werkzeugkasten geliefert, mit dem sie immer wieder, auch wenn sie nichts geleistet haben in der Marktwirtschaft, wenn sie also ohne die Anerkennung durch andere, indem sie etwas verkaufen konnten, dass für das andere einen bestimmten Preis bezahlt haben, also ohne eine solche marktwirtschaftliche Leistung trotzdem sich aufschwingen können, zu Herrschern, Beherrschern von anderen, dann ist es der Marxismus. Er hat ihnen diesen Werkzeugkasten gegeben, wie Menschen über andere Menschen im Namen einer abstrakten Idee herrschen können. Und Intellektuelle sind eben verführbar durch abstrakte Konzepte, die Herrschaft ausüben können, das ist immer sexy, könnte man sagen. Und das ist meines Erachtens der Kern hier. Karl Marx hat einfach eine, auf der einen Seite sehr einfache, aber auf der anderen Seite auch sehr nebulöse Herrschaftstheologie formuliert. Und Leute wollen herrschen, vor allem auch ohne die Mühsal einer anstrengenden Leistung erbracht zu haben. Und dazu hat ihnen Marx ein wunderbares Programm geliefert. Und das sind für mich eigentlich die wesentlichen Erkenntnisse hier. Also das Programm kann man vergessen. Was man lernen kann, die Tragik des Intellektuellen, der sich selber überschätzt. Und drittens, die Verführungskraft des Marxismus, Herrschaftstheologie für Herrschsüchtige. Das ist mein Fazit. Vielleicht zu hart. Ich weiss nicht, wie weit Sie dieser marxistischen Religion verfallen sind, am anderen Ende hier der Leitung. Ich freue mich auf jeden Fall auf Ihr Feedback. Wünsche Ihnen eine schöne, nicht-marxistische Woche. Irgendwann wird das dann mal vorbei sein. Und ja, freue mich auf einen Wiedersehen morgen, wenn es wieder heisst, Weltwoche Daily, die andere Sicht.